So Leute, da sind wir beim nächsten Muster. Ihr seht schon, 2014 Corset. Corsets waren nie sonderlich beliebt und ja, 2013 produziert. Das Muster fühlt sich so komisch an. Einfach nicht, ob überhaupt gute Karten drin waren. Das ist keine. Dragon Hatchling, 2x0, 1 fliegend. Für ein rotes kriegt die bloß 1,0 bis zu Ende. Griffins Sentinel, 3x1, 3 fliegend, Wachsamkeit. Hier wurden die ganzen Fähigkeiten, wenn Platz war, mit Wachsamkeit zum Beispiel noch ausgeschrieben, was es konnte. Oh, hier waren Sliver drin. 3x2, 2, Blur Sliver. Alle Sliver, die man kontrolliert, kriegen plus 1,0. Stimmt, hier waren Sliver, die man selber kontrolliert. Angelic Wall, 2x0, 4 fliegend Defender. Kreaturentyp Wall. Mittlerweile ist die, glaube ich, etwas anderes. Winning Flash, ein schwarzes Mann an der Kreaturkrieg, minus 3, minus 1 bis zu Ende. Stimmt, hier ist ja noch nicht mal der komische Border, sondern ist noch der richtige alte Border. Oh, ich verlieb mich gerade wieder in das Corset. 3x0, 2, 2, das Brindling Boar kann man opfern, um 4 Leben zu bekommen. Wild Guess. Okay, so alt ist die Karte schon. 2 rote Mana, man wirft eine Karte ab und zieht zwei Karten. Im Endeffekt. Shadowborn Apostel. Oh mein Gott. 1 schwarzes Mana 1,1 und man kann davon so beliebig viele im Deck haben und man kann ihn für 1 schwarze Mana opfern, und zwar 6 Stück, und sein Deck nach Dämonenkarte durchsuchen und sie ins Spielfeld bringen. Die war mal eine Zeit lang recht teuer, weil die Leute es geliebt haben, die im Commander zu spielen. Also 30 Stück oder so. Pacifism. Ein weißes, ein farbloses. Kreatur kann weder angreifend noch blocken als Verzauber. Ranger. Geil. Ein Mana eine Kreaturkrieg, plus 1, plus 1 und Hexproof Pistole, wenn das so ist. Instant. Echt cool. Angelitic Accord. Oh mein Gott. Dazu hab ich, ich hab, fällt mir jetzt wie Augen, wie Augen von den Schuppen, wie Schuppen von den Augen. Ich hab zu diesem Set Let's Plays gemacht. Findet ihr sogar Playlists von, von den, von den Magic Online Geschisse dazu. Egal. 4 Mana Verzauberungen. Zum Ende des Endsteps, wenn man 4 oder mehr Leben bekommen hat diese Runde, kriegt man 4,4 Engel. Richtig starke Karte. Doom Blade. Oh mein Gott. Einen schwarzen, farbloses, zerstörende, nicht schwarze Kreatur. Und ein Accordas Shield. 0 Mana Ausrüstung, die, wenn sie ausrüstet ist, Kreatur plus 0, plus 3 und Wachsamkeit gibt. Hammer Equipment. Hammer, Hammer Teil. Und unsere Rare ist Wild Ricochet. Die wurde zu auf den Commander Text gedruckt. Leider. Ähm, 2 rote, 2 farblose. Man sucht sich neue Targets für den Spell aus und kopiert den Spell dann noch. Also man bekommt 2 Kopien. War damals noch eine richtig frule Karte. Mountain. Wunderschöner Wolf. Ha. Ha. Ich krieg grad hier alles Flashback-Karten. Hab ich alle schon gespielt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.